hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft seopolis 2 was hast du denn da in der hand was ist das apfel ein apfel guck dir die aufnahme an das sieht nicht aus wie ein apfel da ist irgendwas kaputt ja warte wenn ich den aufnehmen ist es dann den apfel oder ist es dann immer noch so ein viereck also bei mir sind guckt apple echt dann ist bei mir was kaputt egal wir wollten ja mit euch wer hat wer hat looting einer ist egal klatsch das vier ich habe 10 dolles das geht wir brauchen eine lohnroute 40 50 60 70 80 90 feuer also beim ersten mal ist ja nicht wahr morgen noch mehr okay aber ich stelle mich mal so um das gemein dass er immer den erschaffer hier an die warte habe ich nur ich habe nichts gekriegt auch menno ach ja was sie auf deutsch also das war auf jeden fall nur glück dass man bei der ersten doll was gekriegt haben das ist ja wirklich abzocke hier und für eine pflanze brauchen wir 80 polonenrouten 80 ja wie soll man das denn machen mit glütigen 3 zum beispiel dann sollten wir uns vielleicht mal um looting 3 kümmern okay looting 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 wir haben keine verzauberungs tisch in dem man das ja auswählen kann nehmen wir darum oder hier aber wir haben einen haufen bücher bleiben schon was getroppt und ich gucke mal okay wir haben hier protection swift sneak zilk touch power piercing power muslimus weeping edge knockback fortune impacting pain of atopos 0 0 kein looting drin ich will das schwert nicht kaputt machen ich mache mir einfach ein billow und billow schwert irgendwort er macht er das ist nicht genommen in dem billow schwert stein nicht vielleicht vielleicht eisen ein eisen schwert ach so deshalb wollte ich das da unten machen das sind jetzt 67 xp drin wo ist es hin wo ist es hin da frage ist wenn ich jetzt hier auch dankeschön alle rausnehmen da habe ich 71 xp jetzt müsste auf mich aufpassen sondern sind sie weg einen höher ich weiß schwer drin ach so wo ist ein lab ist hier drin gut lab ist ja so okay ich guck jetzt mal lab ist ein und schwer drein was hat es meint und noch weg ach man da nehme ich das max wieder raus ob das wieder hierin dahin abnis feier aspekt und bnf warum warum gibt es kein looting was ist wenn ich hier bücher reinpackt schwierig da kriegst du ja alles raus ne das scheiße gut dann noch mal drei schadenmengen aber wütend sich jetzt habe ich 67 das ding hart anpacken drei ja warum man nicht guck mal bitte an der wand an der andere wand da habe ich auch noch maschine gebaut habe dabei sind wo an der wand in der direkte nach dem verzauber gegenüber vom verzauberungstisch wo du treppe hochkommst ach da bücher in der linken truhe die ganzen power respiration punch das irgendwie ist es nicht nicht geordnet zwift knockback power smite der vorliegen frost walker silk torch sharpness unbreaking power unbreaking power punch infinity flame mending holding protection protection das kann doch nicht sein dass bei so vielen verzauberungen nicht einmal ist es auch nicht so nicht warte mal warte mal gibt es das überhaupt ne nicht lachs sondern looting 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 3 gibt es aber ist trotzdem irre warum das nicht damit dabei ist ich versuche es halt noch ein paar mal blödes dann gehen ja die scharfen das hier ach man also schärfen 4 würde ich ja schon gerne behalten ach ich mal hierin machen wir ein neues wert dort warte mal ein fliegswort mit sharpness sharpness und hier ach so ok gut ich habe es verstanden hm oh weh oh weh wir werden schwerer kaputt gemacht wir haben zwei halt es nicht aus hier ich hab's wie was was wie schmeißt mir mal bitte jemand äh lapis zu ok klar achso ne ich brauch 30 level äh hab keine level warte ich pack die unten mal rein ne warte bleib hier mach du es doch ne ich ne das geht doch nicht das ist doch spieler äh ist doch spieler äh abhängig oder ne 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 knockback 2 sharpness und bane of etropod das dachte ich mir warte 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 ja doch 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 äh pack die levelnummer unten in den pylonen ja bei mir kommt glünderung ganz unten so äh mach nochmal alle rinde jetzt sind hier 64 level drin musst du dir nur rausnehmen so ich sag doch das ist halt spielabhängig ne wär schön wenns anders wäre aber leider ist es halt nicht so und labes haste ich pack hier nochmal ein bisschen labes blünderung boah bann 5 rückstoß 2 haltbarkeit 3 plünderung 3 mehr als plünderung 3 geht ja gar nicht also ah und das jetzt auf dem eisenschwert ah und man kann es nicht übertragen oder vielleicht doch doch wir können es runternehmen wir könnten sie über die erste maschine jagen und nimm es runter so und dann vielleicht auch ein netherrides schwert oder sowas ne aber egal jetzt reicht das ja erstmal man kann das ja auch noch unternehmen das schwert fast kaputt ist wir können das eisenschwert einfach dann reparieren das geht hoch ist auch zu einfach dann ne oder das ja und bin ich mal gespannt gespannt ich glaube sind die macht oben alles weg was es weg zu machen gibt so ein knockback ne ab flüchten ist nicht gerade noch glück gehabt musst du ihn in die andere richtung schubsen hast du gekriegt ich hab nichts gekriegt ach ja ja sehr schön zwei stück und wir brauchten was 64 128 80 80 80 80 ich hab acht dolz noch ähm trick 17 trick 17 äh 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 muss erklärst 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 ich will es wissen erklärst 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 äh wir bauen einfach einen kasten rundum 1 2 pop 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 ja kann man mal machen und wenn man schon durch diese lootboxen so ein haufen ätherisches glas gerickt haben bekommen wir das gleiche ätherische glas nehmen lootboxen habe ich lange nicht mehr benutzt aber naja egal oh komm und dann oder mich auch ich weiß nicht das ist das knapp war Ach, da kann man durchlaufen. Ja, deswegen. Ätherisches Glas. Nachteil dran ist, es ist leider lichtdurchlässig. Sonst könnte man eine ganze Mobfalle damit bauen. Es ist nicht durchlässig? Es ist durchlässig. Für Spieler, aber auch für Licht. Ah, okay. Und dann gibt es aber auch noch Glas, was das blockt. Licht. Leicht schwarzes. Feuerschutz habe ich zum Glück im Biddle was drauf. Mal sehen. Ja. Doppelte, wird er zwei. Okay. Brauchst du sonst? Warte mal, wir gucken mal, was rauskommt. Ich habe jetzt zwei geklatscht und habe vier Stück raus. Zwei sind im System. Sind wir bei acht. Doll. Äh, nee, da. Doll. Das ist aber ganz doll. Doll, 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 doll. Tee, Idiot, doll. Äh, blazing, doll. Ja, sieht so aus wie garantiert zwei Stück. Also braucht man am Ende 40 Stolz noch. Ne, 40 nicht, 30 noch. Shit, diese abgauen. Habst du? Ja. Okay. Ich habe 36, hilft das? Sollte ein Stück reichen. Hm, so? Ne, ich wollte das so machen. Zack. Da sind sie. Aber so ein bisschen rausbacken, du siehst schon, ne? Brauchst du hier vielleicht noch ein Wasserloch? Ah, warte. Die eine Lohnroute hast du weggenommen für den Pyrolyser, ne? Ich habe gar nichts rausgenommen, ne. Ich habe dir vorn eine zugerufen, meine ich. Hab die noch hast. Ne, zwei hast du mir zugerufen. Die sind im System. Aha, gut, okay. Gut. Nee, das sollte gerade so reichen. Und dann klein noch den Seed machen. Oh, das wäre ja richtig gut. Komm zurück, komm, los. Hallo, Feigling. Er ist draußen. Jetzt kann er nicht mehr rein. Ich habe hier eine kleine Treppe gebaut. Guck. Guck mal, hier ist eine Treppe. Ja, aber wie willst du auf das Zeug draufgehen, wenn du durchlaufen kannst? Oh, doch, das geht. Doch, hochspringen geht. Hochspringen geht. Ja, aber dann falle ich bei drei Stück falle ich durch. Bei drei fällst du da? Ja, ist natürlich doof. Warte? So. Ah, jetzt ist es doch hin und wieder. Ich habe dem Stress oder jetzt eigentlich in dem Meer rausrücken können. Das waren drei, oder? Ich habe der Wasser hingebaut. Nur einmal reinhüpfen. Ist vielleicht ganz gut. Also noch nach oben kann er raus, ne? Nach vorne, hinten, so nicht. Ja, ist egal, ne? Fangen wir hin. So lange, wo ein Schlagreichweite bleibt. Und das brauchen wir alles, um Stil zu machen. Alter. Nein, nur den Pyrolyser. Ein Stück hätte gereicht. Aber wir können noch kleinen Sieg machen, dass wir Reserve haben. Ach so, ja. Und da brauchst du ja nochmal die Jars, ne? Ja. Vier Jars mit jeweils acht Stück drin. Ach so. Das wären wir dann. 18, 24, 24. In jedem Class sind 20 Lohnrouten drin. Deswegen 80 Lohnrouten. 20? Ja. Warte, bei Enderperlen waren es acht. Waren es acht, ja. Genau. Ähm. Alles klar bei dir da oben? Ja. What grindest du denn hier? Alles? Ja, alles hat mir. Blödsinn haben. Alles, was ich nicht brauche. Okay, aber... Ja, was man nicht braucht, ist natürlich... Klar, aber... Wenn es... Ja, Steinschwerter sind mit Verzauberung, macht das ja... Ergibt keinen Sinn. Oh, der Lohnrouten. Ich habe aber... Wo habe ich denn jetzt die Leatherworte her? Okay. Könnte auch ein Netherworts rauskommen und Close Zone, weil ich habe sowas im Inventar. Ich habe Blaze Powder im Inventar. Ja, weil du die Dolz gemacht hast. Oh ja, das war wohl noch über. Ja. Digga, hau ab. Hau ab, Digga. Wir brauchen keine... Kann man die ausstellen? Einfach ausleuchten da oben, ne? Ja. Weil die brauchen wir ja gar nicht mehr. Soll ich mal gucken, wie viele Enderperlen wir haben? Uhu. Uhu. 14.000. Ich glaube, das reicht bis zum Ende des Projekts. Hoffe ich. Ah, das wird eng. Das wird eng. Wie ein Wegschubs. Ja gut, war halt noch ne... Dingens dabei, ne? Von dem Schwert. Äh, lebt das Schwert noch? Äh, ja, 95%, 95%. Ja gut, dann. Das ist ja alles gut. Haltbarkeit 3 drauf, da hält das in Wiedenwald schon länger. Stimmt, der war ja noch Haltbarkeit mit drin. Alles gut, dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen, sehen uns dann morgen. Gehabt euch gut und tschüss. Tschüss.